Dieses Ding hier war gar nicht da. Was war das? Äh... Ihr braucht nicht... Yeah. Was war das? Ach, die bewerfen... Kleine durchreisende Auslands... Was? Na ja, die haben hier wohl Freude ohne Ende. Also dieses Tor hier gab es früher noch nicht. Ich kenne nur diesen einen Turm hier. Ach ne, da kriegt ihr jetzt auch keine Quests. Ach, Leute. Ich weiß gar nicht, ob es den schon gab. Ne, 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 Leute. Das hier ist alles neu. Das Tor ist neu. Die bauen hier eine Burg oder was? Es gab früher nur diesen einen Turm. Das ist ja krass. Das ist supi. Das finde ich toll. Boah, guck mal hier. Oh, wow. Das ist geil. Das ist geil. So, hier haben wir Stufe 12. Gucken, ob ich hier ein paar Quests abräumen kann. Äh... Wie? Kann ich nicht? Sogar nicht, kann ich keine Quests über die abgeben, äh, bekommen. Das ist auch kacke. Vielleicht muss ich erst noch auf Level 9 kommen, damit ich hier eine Quest erlegen darf. Okay, dann kämpfe ich halt noch mit ein paar... Mit... Mit diesen Typen... Oh Gott, Level 13. Das wird immer schlimmer. Soll ich mich mal an so einem Typen hier dran wagen? Okay, dann machen wir mal. Das läuft immer noch auf. Dieser Zauber ist bei mir nicht bereit. Los, 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 mach ihn fertig. Lass mich den letzten Schlag machen, bitte. Nein! Ja! Ich hab ihn fertig... Wow, ich hab Milch bekommen. Unfassbar. Das könnte ich aber vergessen hier. Oh, kommt schon. Ich brauch nur noch ein ganz bisschen. Ein Prozent noch. Guck mal, die kämpft schon wieder mit jemandem. Das schafft die doch nie. Level 12, Level 3... Nein! Nein, nein, nein. Wenn der... Oh Gott. Hilfe, Leute! Hilfe! Hilfe, 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 Hilfe! Oh, wir machen ihn gemeinsam fertig. Ja! So. Ich müsste mal gucken, was mehr... mehr Mana zieht. Ich glaub, das ist in der Mitte. Oh! 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 Der gehört... Der gehört mir. Puh. Wir sind schon fast ver... Oh, Mann. 40 noch. Kommt schon. Greif doch mal irgendwie so einen Typen an hier. Oh, hier geht's rund. Hier geht's rund. Das sind Wachen, ne? Ja. Okay, dann machen wir einmal den. Und immer auf den. Kommt schon. Jetzt aber, komm. Ja! Machen wir ihn fertig. Okay. Wow, da hat mich gerade irgendwie jemand an... Greift mich hier irgendjemand an? Hilfe! Hilfe, Wache, Wache, Wache! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Hallo! So. Wow, der ist ja creepy. Hallo, lebt der noch? Wow, der lebt sogar noch. Horde. Knurreißer. So. Ähm. Ey, jetzt im Ernst? Noch zwei Mana. Ich meine noch... Oh. Oh. Nein. Ich muss, äh... Mir... Eine Milch trinken, oder... Bestellen Sie... Wie kann ich denn das Zeugs trinken? Benutzen. Soll es zu schneien? Wie kann ich das denn essen oder benutzen? Komisch. Also da muss ich mich dann nochmal auseinandersetzen. Und solange... Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Äh, wie kann... Kann ich denn irgendwie... Abbruch? Fenster entsperren, zurücksetzen. Ach Gott. Fokus setzen. Zielmarkierung. Totenschädel. Hä? Entsperren. Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade mache, aber... Ich will ihn losführen aus meiner Markierung. Oh, na super. Nein. Nein, 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 nein. Fenster schieben. Fenster sperren. Ach, das kann man hin und her schieben hier. Ach so. Fenster schieben. Nein. Ich muss näher ran. Ich will ihn doch gar nicht verhauen. Toll. Wieso kann ich die Quest nicht annehmen? Oh. Ist ja doch gemein. Naja, guck mal, mein... Dings ist wieder zurückgekommen, mein Mana. Wächter... Okay. Guck mal, hier hinten vielleicht noch ein paar Viecher oder so. Die ich angreifen kann. Boah, guck mal die Maschinen an, ey. Hammer. So ein Wildschwein oder so. Eine Maus kann ich da auch nicht mal mit... Erledigen. Oh, hier ist was. Nichts. Oh, eine Schlange. Eine Natter. Hallo. Wenn du mich jetzt beißt, gibt es Ärger, schwöre ich dir. Soll ich mich mal... Kommt der hier rüber geflogen? Nee, ne? Oh, jetzt kommt er. So. Oh, ich hab ihn verfehlt. Nein. Du blödes Mistvieh. Ich mach dich alle. So. Ja. Obwohl meine Mana gleich total im Arsch ist. Kann ich noch nicht wirken. So. Ja, endlich hab ich hier mal was. Ihr könnt jetzt heilige Kraft mit euer Kohl erzeugt. Heilige Kraft, die ihr mit Wort der Herrlichkeit verbrauchen könnt. Ja. Ich hab wieder was Neues bekommen. Endlich. Vielleicht kann ich jetzt auch die eine Quest endlich mal machen. Äh. Zert bis zu drei Heiligen Kraft auf. Um. Verbindet sie. Ähm. So genau weiß ich jetzt auch nicht, was das genau heißen soll. Aber. Mal sehen. Vielleicht. Ne. Ich kann die Quest immer noch nicht machen. Ist doch kacke. Mann. Dann geh ich halt wieder zurück. So. Ja. Auf zurück nach. Nach Westphal.